Es geht um die Charakterisierung des Langzeitverlaufes nach Covid-19. US-Veteranen, die wegen einer leichten Covid-19-Erkrankung nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten, wurden im ersten Halbjahr nach der Erholung häufiger wegen anderer Erkrankungen behandelt. Auch das Sterberisiko könnte nach einer Studie Nature gegenüber der allgemeinen Bevölkerung erhöht sein. Residualsymptome sind nach Reinfektionskrankheiten keine Seltenheit. Auch nach einer Grippe benötigen viele Patienten längere Zeit, bis sie sich vollständig erholt haben, auch wenn die Influenza längst abgeklungen ist. In dieser Zeit kommen es häufiger zu Arztbesuchen, die sich in einem Anstieg der Diagnosen und der vermehrten Verordnung von Medikamenten bemerkbar macht. Beides lässt sich heute durch die Analyse von elektronischen Krankenakten ermitteln. Nach Infektion mit SARS-CoV-2 wird diese verzögerte Erholung häufig auch als Long-Covid bezeichnet. Ihr Ausmaß scheint die Folgen einer Grippeerkrankung bei weitem in den Schaden zu stellen, wie jetzt eine Analyse der US-Veteranbehörde zeigt. Es wurde zunächst die Daten von 73.135 US-Veteranen analysiert, die nur leicht an Covid-19 erkrankt waren und nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Trotz des milden Verlaufs kam es bei den Post-Covid-Patienten zu einem vermehrten medizinischen Betreuungsbedarf, wie ein Vergleich mit den fast 5 Millionen US-Veteranen zeigt, die im letzten Jahr nicht an Covid-19 erkrankt waren. Sogar ein erhöhtes Sterberisiko mit einer Hazard-Ratio von 1,59 auf einen vorzeitigen Tod war nachweisbar, die mit einem 95%-Konfidenzenerweil von 1,46 bis 1,73 signifikant war. Auf 1.000 Veteranen kamen in der Gruppe der Covid-19-Patienten in den ersten sechs Monaten 8,39, Konfidenz 709 bis 958 zusätzliche Todesfälle, was als Exzess-Burden bezeichnet wird und im Weiteren werden diese Zahlen immer wiederholt, also immer auf 1.000 Veteranen diese Exzess-Burden. Die erhöhte Mortalität ist erstaunlich, da die Analyse auf Patienten beschränkt wurde, deren Covid-19 so mild war, dass sie nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Um mögliche Ursachen zu ermitteln, wurde untersucht, wegen welcher Erkrankung die Covid-19-Patienten behandelt wurden. Es zeigte sich ein breiter Anstieg der Morbidität. Betroffen waren nicht nur die Atemwege, sondern auch das Nervensystem, die mentale Gesundheit, Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der Magen-Darm-Takt sowie das allgemeine Wohlbefinden. Die höchsten Werte für den Exzess-Burden wurden für Atemwegserkrankungen 28,51, also auf 1.000, Hypertonie 15,18, Schlafstörungen 14,53, Neurologischer Erkrankung 14,32, Schmerzen im Bewegungssystem und Drücken 13,89, Unwohlsein und Abgeschlagenheit 12,64, Störungen des Feststoppwechsels 12,32 und Brustschmerzen 10,08 gefunden. Es folgen weitere drei Symptome und Krankheitszeiten, die nach der milden Covid-19 häufiger beobachtet wurden, als bei anderen Veteranen. Auch der Medikamentenverbrauch war erhöht. Der Exzess-Burden war am höchsten bei Broncholilatatoren 22,23 auf 1.000 Veteranen, Nicht-Opioid-Anergetiker 19,97, Antikorulantien 16,43, Nicht-Opioid-Hustenmittel und Expektorantien 12,83, Lipidsenker 11,56, Nicht-Sterodale-Antirheumatiker 10,94, gefolgt von 33 weiteren Mitteln mit einem Exzess-Burden unter 10. Bei den Laborbefunden führte ein Abfall des Hämoglobins 31,03 und des Hämatokrids 30,73 auf 1.000 Veteranen und ein Anstieg des HBNC-Wertes 10,66 die Rangliste des Exzess-Burden an. Es folgen noch 14 weiter Laborwerte, die im ersten halben Jahr nach einem milden Covid-19 erhöht waren. Bei den Patienten, die wegen Covid-19 hospitalisiert wurden, sind die Auswirkungen noch stärker. Die Patienten wurden hier mit Veteranen verglichen, die in früheren Jahren wegen einer Grippe in der Klinik behandelt wurden. Die Covid-19-Überlebenden wurden häufiger wegen neurologischer Störungen, Exzess-Burden 19,7 auf 1.000 Veteranen, neurokognitive Erkrankung 16,16, psychische Störungen 7,75, Stoffwechselstörungen 43,53, Herz-Kreislauf-Störungen 17,92, Gastro- und desnale Störungen 19,28, Gerinnungsstörungen 14,31, Lungenembolien 18,31 und anderen Störungen einschließlich Unwohlsein, Müdigkeit 36,49 und Anämie 19,08 behandelt. Covid-19 hinterlässt demnach deutlich stärkere Spuren in der Gesundheit als eine schwere Influenza. Big-Data-Analysen können zwar leicht ein verfälschtes Bild liefern. So stärkt mit der Zahl der untersuchten Parameter die Wahrscheinlichkeit auf einen Zufallsbefund. Patienten neigen möglicherweise in den ersten Monaten nach einer Erkrankung aufgrund eines gesteigerten Gesundheitsbewusstseins dazu, häufiger zum Arzt zu gehen. Der Anstieg des Sterberisikos nach einer leichten Covid-19, die keinen Krankenhaushalt erforderlich macht, lässt sich damit jedoch nicht erklären. Long-Covid ist mehr als ein typisches postvirales Syndrom. Das Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko ist deutlich erhöht und es sind mehr Organsysteme beteiligt als beispielsweise nach einer Influenza. Einige der Gesundheitsprobleme, etwa Atem, Not und Husten, bessern sich mit der Zeit sicherlich. Bei anderen Folgen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankung ist dies nicht unbedingt zu erwarten. Covid-19 wird auch dann noch ein medizinisches Thema sein, wenn die Pandemie vorbei ist. Weitere Informationen und Ergebnisse nehmen Sie frei verfügbar Publikation in Nature.